Geht los, ich bin probiert, was spielen wir denn? Hey, keine Unnützen, ist das Sound hier? Geht los, ich bin probiert, was spielen wir denn? Ich weiß nicht, was ich zu lerne, ich weiß nicht, wo helle, Party ist doch Samstag, gut, da muss ich was passieren. Wir in die Kneipe, das ist immer die gleiche, die Spieler mit dem Blüttel und wir lassen da ran. Das ist der Wahl, ein Rundbrot-Roll-Topp. Das ist der Wahl, ein Rundbrot-Roll-Topp. Dankeschön, ich glaube, das war's, oder? Aber in Wirklichkeit ist es auch Samstag, war falsch. Das war nett mit euch heute, siebte Klassentreffen, wir freuen uns schon auf das achte. Das siebte, oder? Ich hoffe, ihr kommt alle gut nach Hause.